hallo und wieder zurück zu ls 19 mit dem bauer dem sachsen und dem alten mann und dem alten mann man kennt ihn gut wir haben uns jetzt dazu entschlossen wir wollen in der folge heute mal die ganzen bäumchen da oben weg prügeln dazu werden wir uns diesmal einen habe ich da mieten um ganz einfach gemerkt hat man gemerkt wer das gemacht ich war aber ich wollte auch noch mal machen kannst du noch gerne noch mal der richtigen geld mehr die gela nicht mehr zwischen reingetippten den nein ich bin mal hingelaufen ist aber schnitten sitzt aber drin leute was ist denn da schon wieder los sowie kann ich kann hier ja brauchen wir den anhänger jetzt überhaupt mit dem dings da wo der kran kann das ist auf jeden fall den anhänger mit dem kran genau den brauchen wir auf jeden fall ja gut wie hatte mir nicht einer von euch irgendwie gesagt wie man hier dieses umstellen kann von von den hier irgendwie nennt man das diesen kran funktion das war max ja wie gesagt ich hätte jetzt gesagt dass wir hier dann die hier dann die die essen die bäume drauf und prügeln und eventuell noch einen zweiten uns mieten wo wir dann auch noch die bäume mit drauf machen ich weiß nicht was der hier kostet er kostet 14.000 mietkosten vereinfachte kranlenkung ja das ist das wie ich das haben will ja so ich komme mit den geräten eh nicht klar ja komm dann baller mir mal den hänger voll hier jetzt wasser fahrt sagt 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 jalla jalla wenn schnell geht macht nichts wo keine steine sind kann gelaufen werden welche länge fünf meter wände drauf passen oder mama zehn zehn meter der rest schleift auch fast 55 meter jama fünf meter mit dem kannst du halt nur nur ganz komisch finde ich hatte den einmal in ls 17 getestet und ich fand den irgendwie nicht so geil von der handhabung her naja das wird schon leicht ist eh kein profi am werk hauptsache erstmal harvester haben das ist das wichtigste oh baum fällt so jetzt wäre es eigentlich ganz cool wenn du auf die andere seite fahren würdest ja warte aber ich muss ich muss mal kombi bleibt einfach stehen wo du bist hast du wieder nach oben ok ja aufräumier was denn jetzt kann ich mir was wir gehen dann nach oben ja du musst dieses einfache einfache kran dings ausmachen dann hast du wieder das wie früher wir einfach in den einstellungen auf den monitor oben mit dem stern mit dem zahnrad und dann wo war das hier vereinfachte kransteuerung musst du ausmachen genau dass das war das was mich letzte folge so verwirrt hatte wo ich so lange darum gedoktert habe weil das halt mega komisch war so reicht das so ist gut ne ist das feld fertig abgeendet jetzt muss chris erstmal klarkommen da ja ich muss erstmal erst mal jetzt noch was drin ist es jetzt überhaupt behoben worden wenn du jetzt aussteigst dass er den baum weiterhin festhält ich weiß nicht ich will es auch nicht probieren probier mal ich muss ja auch erst mal gucken wie lang fünf meter sind oder sechs meter ja so reicht doch dann verkaufe ich mal das was hier noch drin ist warte mal ich versuche mal ob ich jetzt draufkomme ja warte jetzt muss ich dir halt noch mal ein bisschen an anfassen da die dinger hier ach da kommen verspannte rum und fertig alle ja gut dann mach mal ne mach voll die mürre weiter geht's zack 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 ich habe mir kurz eine pause gemacht so jetzt in der zeit wo ich eine andere hole kannst du jetzt hier ein bisschen dein ding damit gerade rücken bisschen sortieren meinst du muss ich auch weil so kann ich ja nicht fahren hier wenn mich da einer erwischt oder das will ich ja nicht dann ist halt auch noch die frage wo ist die antwort soja bohnen wollten wir noch jetzt anpflanzen dann auf die soja bohnen fertig los dieser baum ist zu dick für das gerät bist du gefeuert alle du bist du bist zu dick jetzt weiter oben man jo ich mach so jetzt habe ich da weiß vielleicht ist wirklich zurück ach vielleicht liegt es auch an das überstehen ich wollte ja zu dir kommen ach so ich wollte gerade sagen du kannst ja nicht mehr einbauen bleib einfach so stehen jungen ja warte jetzt ja so oder was jetzt stehst du da bin warte bleib so bleib so ja warte warte so ne oh man ob das gut geht du stehst du stehst du musst ein bisschen weiter rum ja warte guck schon mal in die richtung hallo ich hebe ab hallo ihr profis am werk mann was los ja ich sehe es profis am werk ich sehe wie dir dein kran draußen hast und jetzt wer am baum hängen weiß ja guck mal hier kann ich fahren kann ich fahren drehen glück bin ich weit genug weg warte so wenn ich kann er wird man die spanngurte los nach vorne okay ein stück hier noch los geht's oh warte ich muss noch ein stück nach vorne ja so vielleicht mach mal bei mir ganz strange ausgeschaut alle okay ganz komisch zusammengelegt strange ist gut ich muss noch ein stück nach vorne er so ist gut immer noch ein drauf oder ja normal immer her damit da fährt mit fünf kammer den berg hoch ja das so muss ich muss ich muss zum segewerk ne ja ach du scheiße ich will doch nichts mehr da drauf haben ja zu spät bestellung aufgegeben ich fahr irgendwie leckt das extrem wenn der harvester die bäume um umfallen lässt oder ich hau ich hau schnell ab sagen jetzt ist hafen nord ist links rein oder also ich habe das ja ja warte 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 ich muss hier kurz hier noch einmal den hier mir noch einmal krallen dann geht alles ab hier so das habe ich das habe ich gelernt im ls-17 mit dem kran hier kannst du tatsächlich lernen jetzt halt echt die frage wir bräuchten echt noch so ein was was kostet dieser hänger floh kannst du mal kurz gucken welche hänger genau wo wir da das holz draufladen gerade ich würde einen mann nehmen als mieter also wir könnten den mann der würde 14.000 er möchte ich dann aber fahren bitte oder moment jetzt möchte ich den anhänger suchen dann kommt er jetzt auf an wie viel wenn jetzt die erste fuhr wie viel geld dafür so los geht es haben wir uns gehen vor bitte sonst werden wir gleich wieder hängen ja blick zurück ich bin gerutscht hier ich hab's drückt 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 in der andere kostet 4300 irgendwo ihr gerade ich hab den baum verloren oder du bist verloren lass mal liegen da lass das liegen ich nehme ihn mir was macht ja ich nehme mir alle den ganzen hänger wieder ab warte jetzt bitte kurz ich ich lade erst mal den dessen wieder auf na gut und das werden wir ausfahren mach mal ein bisschen höher da ich war gerade eben nicht ich war gar nicht hoch genug aus pur im chaos so warte mal ich muss erst mal so muss das sein oder floh so nicht anders ich mache erst mal die spanngurte drüber sicher sicher weil bevor er mir da noch in den anhänger rein ballern besser wie nichts du bist jetzt umgefallen deswegen hätte ich deswegen habe ich lieber den anderen gehabt ja das sage ich ja sag ich ja endlich setz mal wieder neu an bitte ja sekunde irgendwann die ganzen sachen zurückgeben wenn wir genug geld haben ja also wir haben jetzt besseren kauf ja lol reicht reicht so fahren wir ja klar reicht wenn die spanngurte rumgehen geht es doch nee warte jetzt musst du auch ein bisschen schick aussehen hier ich meine geld verdienen und nicht schick aussehen ich habe meine ich habe meine funk antenne ausgefahren warte zum lück haben wir kein gewitter da ist nämlich ein blitz einschlagen kann euch irgendwie entgegen kommen ja warte besser nicht bleib mal stehen nicht dass du gleich wieder umkippst was macht ihr da ist das ding nicht stabil wir machen keinen unsinn wir machen produktiv mach mal ein bisschen höher bis 11 uhr ist das geld auf dem konto so los geht's mach mal warte achtung wieder ein stück vorfahren hier so also das ist irgendwie das holz kann es sein dass das holz noch ganz schön lege ist ja bei mir nicht und mir schon erkannt das hat aber gerade extrem geleckt bei mir nicht also ich hatte gerade auch keine legs mach nochmal also mein pink bleibt stabil sauber astrein alder voll daneben gehauen voll daneben ey und nochmal so komm mal ich räum hier jetzt erstmal auf ja dann bringen wir die scheiße weg mal gucken wie es weil wir brauchen jetzt ein bisschen geld weckt es nicht er will sich drücken weil er keinen bock hat den weg hochzufahren du bist ja relativ du bist ja relativ schnell mit dem aufladen oder ja soll ich jetzt einfach die bäume umnieten und soll sie alle kurz sägen oder wir machen oder keine ahnung da kannst du von mir aus auch machen also mir ist das egal so ist gut ja klar spannen wir drüber auf geht's gerade auf dem weg zu euch haben wir gerade hast du was gekauft ich habe was verkauft man kriegt dann auch nicht mal mit floh du hast einen leeren hänger gerade dabei oder ja wenn ich den jetzt mit zwei meter stücken voll haue was hältst du denn davon wenn du ihn dann hoch fährst gerne kann ich schon machen wir müssen halt den harvester ausnutzer also der ist gemietet der kostet geld ja wir dürfen halt nicht äh bis bis 0 uhr ich kann dir den hänger hier hinstellen wenn du willst ach die dinger sind zu lang hier ich bin lieber so von so hin passt es so oder wo willst du ihn haben warte und jetzt schon wieder umkippen ich seh das eine Sache sonst läuft ich will den großen harvester haben alter der ist kleines scheißer der fällt bei jedem kleinen stück hier um ey das ist echt so ja wir haben kein geld dafür gehabt hey fährst jetzt irgendwann das zeug weg oder was ja ich will das hier noch mit haben soll sich doch auch lohnen oder nicht wir kriegen jetzt die scheiße da oben rein kannst du nicht mit dem ding hoch ja da falle ich auch wieder um ja mit der hand denn ne am arsch alter kannst du noch ein kleines stück hoch das ist maximal höher ach der hänger ist der hänger ist hoch warte warte eventuell ne das geht noch mal nach unten ne ich kriege nicht ne höher geht noch nicht mehr so ne scheiße alter so ach so n dreck das ist ein scheiß harvester habe ich euch gesagt ich enthalte mich so leute ja komm bring die hänger weg ich lage ich lege hier draußen 6 meter stücken hin und fertig so los geht's leute Spangurter hast du dran Spangurter hab ich natürlich dran let's go oh ja jetzt rum da sollst du ja gas geben jetzt zittern die auch ein bisschen du hattest drei bäumers jetzt drauf ne hmmm ja ok zitter zitter wiggel wiggel alles so ein bisschen aber wiggel 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 ja guck mal alter wie das zittert uuuuuh das ist ein bisschen schwer hier der baum also die drei ein frontgewicht wär halt ganz nice boah ich brauch kein mensch alter klar was soll ich denn sagen gleich wenn ich den berg hoch fahre soll ich da hoch schieben oder ja jeden baum einzeln hoch tragen und dann wieder aufladen ja alles klar dann könnt ihr mir aber helfen ich hau hier einfach mal 6 meter stücken hin ja mach die schön auf einen haufen so dass sie alle in der gleiche richtung liegen dann ist das geile hat er nicht hat er nicht er hat die wild durcheinander geworfen der erste haufe ist gut geworden beim zweiten schatz aus wie bei mir gado ja super wenn er wackelt bist da ist der nächste dran ne ja also könnt ihr euch schon mal einstellen dass ihr auch aufladen müsst hehehe ok der wo es am besten kann macht das ich kümmern mich ums Feld ich kann das doch gar nicht also aufladen kannst du doch doch das hast du gut hinbekommen gerade echt mal ja ja komm jetzt red ich nicht raus hier ja ja du hättest dich eben einfach dumm anstellen müssen dann hättest hätten wir es dir geglaubt ja du bist halt unser forstbeauftragter ja bauer forstmann ja dann würde ich mal sagen mit dem bäumchen verantreiben wir uns dann heute ja ich brauche eh länger bis ich den berg hoch bin also von daher bau ciao 1 key